Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Auflösungsvideo von dem Nikolaus-Gewinnspiel, welches ja am 6.12. online kam. Ja, es ging darum, mir eine Frage zu beantworten und zwar solltet ihr mir die Frage beantworten, was für den Weihnachtsmann das schönste Geschenk ist. Und für alle diejenigen, die aufgepasst haben bei dem kleinen Gedicht, was ich ja vorgelesen habe, für alle die, die wussten dann nämlich, dass die Antwort natürlich ist, dass die leuchtenden Kinderaugen das schönste Geschenk für den Weihnachtsmann sind. Das heißt, alle anderen, die dann leider auch solche netten und schönen Sachen geschrieben haben, wie die Briefe oder das Familienbeisammensein und so weiter oder Plätzchen und Kekse, das war dann leider nicht ganz die Antwort, die ich haben wollte, weil meine Frage bezog sich ja auf das Gedicht. So, aber immerhin haben 18 Leute diese Frage richtig beantwortet. Und ich würde dann einfach mal sagen, wir fangen an mit der Ziehung und wir fangen natürlich mit dem kleinen, ja, Nintendo-Fan-Paket an. Und da ziehen wir dann einfach mal die Zahl und das ist die Nummer 10. Und die Nummer 10 ist irgendwas. Herzlichen Glückwunsch, du hast das kleine Fan-Paket von Nintendo gewonnen. Ich hoffe, du freust dich darüber. Ich werde dich natürlich noch anschreiben und dann besprechen wir die weiteren Details. So, dann brauchen wir jetzt noch eine weitere Nummer wegen Mi-Topia. Mal gucken, wer das gewinnt. Die Nummer 6. Und die Nummer 6 ist Jenny Liese. Herzlichen Glückwunsch, du hast Mi-Topia gewonnen. Ich schreibe dich natürlich auch an in den Kommentaren und dann hoffe ich, dass du mir antwortest. Ansonsten schick mir bitte einfach eine E-Mail mit, eine Adresse. So, jetzt brauchen wir noch eine Nummer und zwar für Layton's Mystery Journey. Und gewonnen hat Layton's Mystery Journey die Nummer 15. Und die Nummer 15 ist Relash134. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ihr seid die drei Gewinner. Ich werde euch, wie gesagt, anschreiben. Ich hoffe, ihr meldet euch, weil ich natürlich eure Adresse brauche, um euch das Ganze zukommen zu lassen. Und ja, bei allen, die nicht gewonnen haben, seid nicht traurig. Es läuft noch ein Gewinnspiel. Da geht es um Sims. Und da könnt ihr auch noch gerne mitmachen. Ich verlinke euch das Video wieder in der Infobox. Dann könnt ihr da nämlich nochmal reinschauen. Und ansonsten wird es auch noch am dritten Advent und natürlich an Heiligabend ein weiteres Gewinnspiel geben. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran und wünsche euch natürlich dann wieder viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! 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 Tschüssi!